Musik Sie wurden verprügelt. Ich hab das doch gehört. Was ist mit Aileen? Was ist passiert? Und dann lande ich hier auf der Erde und hab so viel Liebe in mir und ihren Glauben an mich, dass ich rumlaufe, als wäre ich wunderschön und singe, als hätte ich diese beneidenswerte Stimme. Ich bin so davon überzeugt und so in diesem Irrglauben, dass ich mir einbilde, die Leute hörten mir zu. Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. 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 Vielen Dank.